Ausländer, die die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen möchten, müssen einen Einbürgerungstest absolvieren. Wie sieht's mit den Inländern aus? Sind wir echte Österreicher? Zeit für einen Austro-Check. Das Westler wird. Kärnten. Steiermark, Salzburg, Wien, Niederösterreich, Oberösterreich. Fällt, glaube ich, noch eins. Osttirol. Steiermark, Kärnten, Tirol, Vordelberg, Salzburg, Burgenland, Oberösterreich, Niederösterreich, Wien. Monarchie, oder? Monarchie? Haben wir einen König? Nein. Diktatur, nein. Diktatur? Ja. Demokratie auch nicht. Das war der andere. Diktatur? Nein, auch nicht. Wissen Sie, was eine Diktatur ist? Ja. Wie haben Sie gesagt? Monarchie? Demokratie oder Diktatur? Demokratie. Ich weiß nichts. Fischer. Na, Freimann. Der Fischer. Wie heißt er mit Vornamen? Fängt mit H an. H, Helmut. Helmut. Herbert? Er interessiert die Politik nicht so, deswegen bin ich da nicht so. Der Feimann oder der Fischer? Fischer. Mit Vornamen? Karls Fischer. Wie heißt er unser Bundespräsident? Fischer? Ja, nein. Vornamen? Heinz? Ah, Heinz, ja. Franz Fowels oder wer ist denn der? Sieher Fowels. Ganz sicher? Ja. Vornamen von Faymann? Werner? Der Doktor Werner Faymann. Sogar mein Titel. Kein Möbel-Spurt drehen. Noch nicht. Ich habe vergessen, drei, zwei gegangen. SPÖ, FPÖ und so weiter. ÖZD, FPÖ und ich glaube, die Grünen, was dann schon wieder heißen. Das interessiert mich zu wenig. SPÖ, ÖVP, BZÖ, KPÖ und die Rote. Und die christlichen Sozialdemokraten. Es gibt Puma, neu. Puma. Wie? Wie heißt sie? Puma. Es ist neu, ich glaube. Puma? Genau. Was soll das für eine Partei sein? Weißt du was? Nein, ich glaube, das ist in 2012 rausgekommen, neu. Nein, keine Ahnung. Ich bin nicht gehört. Was soll das für eine Partei sein? Wie oft? Wie oft? Boah. Wie oft? So groß. Irgendeine Zahl? 27. Alle fünf Jahre. Wie oft gibt es Nationalratswahlen? Alle 27? Tage, Monate, Jahre? Tage. Monate. Nein, Tage. Monate. Alle 27 Tage. Alle vier Jahre. Alle vier Monate. Oh Gott. Alle vier Jahre. Am 26. Oktober. Am 1. Mai. Der Nationalfeiertag ist am 26. Was wird da gefeiert? Ah, die... Dass Österreich frei ist, glaube ich. Da sind die Türken abgerückt.